Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner, konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier war die, die mein Befehl zu übersetzen. Oh, mein Gott, ist das einfach gekommen. Das will ich sehr an, mit mir jungen. Jeder hat mir verlogen, sogar die US-US. Die gesamte Generalität ist in zweiter als ein Haufen niederverröstiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verbieten. Ich bin Feiglinge, verreicht ein Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkes. Sie sind ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu nennen, die mein Messer im Kabel hält. Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur behindert. Es hat mich gegen nur ein Fittigen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von da an alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aufs Mist gestellt, ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat abgeübt am deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich und es ist in Umständen zu führen. Es ist aus. Der Trick ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig. Er jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Lohnen Sie, was Sie wollen. Lohnen Sie, was Sie wollen.